Musik Wenn man nicht immer wieder die Regeln an irgendeinem Punkt durchbricht und eine andere Richtung einschlägt, dann läuft man Gefahr, in so einer Verhärtung und Versteifung zu landen, in der sich einfach keinerlei Türen mehr auftun. Die 80er Jahre waren eine Zeit der großen Subkulturen. Und dann kam Punk als kultureller Einschnitt. Also, dass wir so ein Lied gemacht haben, wie Tanz der Mussolini, Adolf Hitler und Jesus Christus, das war natürlich eine Bombe. Musik Diese Lebendigkeit, dieses Experimentieren, dieses Neue, alles ausprobieren. Wir hatten uns von vornherein auf die Fahne geschrieben, dass wir eben sehr stark Musik machen wollten, die von unserem Kulturkreis geprägt ist. Musik Also, es ging nicht nur darum, sozusagen etwas nicht zu können, sondern auch etwas nicht zu wollen. Musik Du bist kein Held auf dieser Welt Auf dieser Welt, die uns so sehr gefällt Musik Für mich war das so eine Stimmung, wir fangen von Null an. Musik Diesen ganzen genialen Dilettanten, sage ich mal, nenne ich ihn einfach mal so, die nannten sich in Ost-Berlin Autoperforisten, das waren eigentlich auch geniale Dilettanten und in West-Berlin geniale Dilettanten. Musik Inspirierend für uns war Wolfgang Müllers Buch, Geniale Dilettanten. Wir fanden das eigentlich von der Strategie her sehr interessant. Musik Wir haben Performances in Wohnung gemacht, Dichterlesungen in Wohnung. Aber ja, wir hatten, also es war immer eine Frage, kommt die Polizei, löst das Konzert auf oder nicht? Melodie und Harmonie! Dass wir eigentlich nie Angst hatten, heute einen Super-8-Film zu drehen, morgen Musik zu machen, übermorgen Bilder zu machen. Musik Eine Kunstaktion zu machen im Kopf, gab es da keine Grenzen. Musik 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 Vielen Dank.